Probleme mit einer verdunkelten Anzeige bei HP Laptops unter Windows 11 beheben. Anpassen der Bildschirmhelligkeit mithilfe der Funktionstasten der Tastatur kann möglicherweise eine verdunkelte Anzeige beheben. Drücken Sie auf der Laptop-Tastatur, wiederholt die Funktionstaste Helligkeit erhöhen. Abhängig von Ihren Einstellungen müssen Sie möglicherweise zuerst die Funktionstaste gedrückt halten und dann die Funktionstaste Helligkeit erhöhen drücken. Wenn die Anzeige weiterhin verdunkelt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Anpassen der Bildschirmhelligkeit unter Windows. Wählen Sie Start, tippen Sie Anzeigeeinstellungen ein und wählen Sie dann Helligkeitsstufe ändern oder Anzeigeeinstellungen aus den Ergebnissen aus. Bewegen Sie den Helligkeitsregler, um die Helligkeit zu erhöhen. Wenn die Anzeige weiterhin verdunkelt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Abhängig von Ihrer Windows-Version verfügt Ihr Laptop-Akku möglicherweise über eine Helligkeitseinstellung, die angepasst werden kann. Schließen Sie das Netzteil an, während der Computer eingeschaltet ist und der Akku zur Stromversorgung verwendet wird. Wenn die Helligkeit automatisch auf ein angemessenes Niveau ansteigt, ziehen Sie das Netzteil ab und klicken auf das Batteriesymbol in der Taskleiste. Wenn verfügbar, wählen Sie die Schaltfläche Helligkeit, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. Wenn Ihnen diese Option nicht zur Verfügung steht oder Ihre Anzeige immer noch dunkel ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Eine verdunkelte Anzeige kann durch ein veraltetes BIOS oder einen veralteten Grafiktreiber verursacht werden. Suchen Sie in Windows nach HP Support Assistant und öffnen Sie das Programm. Wählen Sie Ihren Laptop, suchen Sie nach Updates und installieren Sie diese. Wenn Sie HP Support Assistant nicht installiert haben, suchen Sie mit Windows Update nach Updates und installieren Sie sie oder navigieren Sie zu support.hp.com//drivers, geben Ihre Modellnummer ein und laden dann die neuesten Treiber für Ihren Laptop herunter. Wenn die Anzeige weiterhin verdunkelt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Führen Sie einen Kaltstart auf Ihrem Laptop durch. Schalten Sie Ihren Laptop aus und nehmen Sie ihn dann aus dem Port-Replikator oder der Dockingstation. Trennen Sie alle Peripheriegeräte vom Laptop, wie beispielsweise USB-Speichergeräte, externe Anzeigen und Drucker. Trennen Sie das Netzteil vom Laptop, sollte dieses verbunden sein. Schalten Sie nun nur das Netzteil wieder in Ihren Laptop. Schließen Sie Peripheriegeräte jetzt noch nicht wieder an. Schalten Sie Ihren Laptop ein. Wenn die Anzeige weiterhin verdunkelt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Überprüfen Sie im BIOS, ob die Anzeige verdunkelt ist, bevor Windows geladen wird. Schalten Sie den Laptop aus. Schalten Sie den Laptop ein und drücken Sie sofort wiederholt die Escape-Taste, bis das Startmenü angezeigt wird. Wählen Sie F10 für das BIOS-Setup. Überprüfen Sie im BIOS-Menü die Helligkeit des Bildschirms. Wenn die Anzeige hell ist, liegt das Problem möglicherweise bei Windows. Führen Sie eine Systemwiederherstellung durch oder installieren Sie Windows neu, um das Problem zu beheben. Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Wenn die Anzeige fühlen Sie den Laptop, dann sieht es, wie die Anzeige draufgewinnen. Dann schalten Sie meinem Gedanken, um das Problem zu beheben.